Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 24. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1155. Heute mit den folgenden Themen. Peloton, Epic, Netflix, Instagram und Chromecast. Zwei der Themen haben ein bisschen was mit der generellen Lage zu tun. Zum einen die Börse, die aktuell ziemlich nach unten rauscht, aber auch die Kryptomärkte. Aber auch dann dieses Nicht-mehr-Dasein des, wie heisst das nochmals, Quarantänemässige generelle Lockdown und so weiter. Peloton, das Bike, was man sich hier nach Hause stellen konnte mit einem Tablet obendrauf und den ganzen vielen Trainingsmöglichkeiten. Das unter anderem auch mein lieber Kollege und Mit-Podcaster, der Achim für sich entdeckt hat und auch gerne nutzt. Die sind ziemlich unter Zugzwang, würde ich sagen. Das ganze Geschäft geht rückwärts. Man kauft nicht mehr so viele Bikes. Es ist sogar soweit, dass Peloton mittlerweile den Neubau oder die Produktion von neuen Bikes eingestellt hat und oder pausiert hat. Internetseiten berichten von rauschenden Börsen, blablabla, alles mögliche. Ja, das Ding ist zurück von 32 auf 24 gefallen, ist aber jetzt schon wieder auf 26 hoch. Ob das ein Rieseneinbruch ist und oder wie es mit Peloton weitergeht, wird sich zeigen müssen. Kauft da jemand was anderes ein? Immer wieder gemunkelt wurde Apple, doch ich glaube, die würden sich so ein Vehikel nicht ans Bein binden wollen, obwohl sie vielleicht eben die Trainingsleute sich reinholen könnten für ihren eigenen Fitnessdienst. Obwohl man hier auch sagen muss, Apple hat schon genügend solche eigenen Fitnessinstruktoren, die sich da nur gegenseitig stören würden. Vielleicht könnt ihr da Google einspringen und oder irgendeinen anderen Hersteller oder Peloton holt sich einfach selber wieder raus, indem dass es dann irgendwann in den nächsten Monaten auch wieder aufwärts geht. Wir haben ein Januarloch. Mal schauen, wie es dann in den nächsten Monaten so ausschaut. Grundprinzipiell finde ich das Ganze wirklich sehr spannend und hätte es das Ganze in der Schweiz gegeben, hätte ich da auch ganz stark überlegen müssen, mir sowas zuzulegen. Epic vs. Apple. Ja, ich gerne. Das Ganze geht in die nächste Runde. Nachdem das letzte Mal Apple halb recht bekommen hat, mit zum einen dem Bereich, dass sie keine Monopolmacht haben, aber dass Epic verloren hat wegen der Geldgeschichte, hat zum einen zuerst sofort Apple Einspruch erhoben, mittlerweile auch Epic und das Ganze geht jetzt in die nächste Runde. Was behauptet Epic? Epic sagt, die Richterin habe falsch entschieden. Kann man machen. Man möchte das Ganze nochmals neu beleuchten. Auch Apple hat das Ganze nochmals komplett neu aufsetzen wollen. Auch wenn sie den ersten Bereich, eben das wegen der Monopolmacht gewonnen haben, möchten auch sie das Ganze komplett aufgerollt sehen. Und jetzt dürfen wir sehen, wie sich das über die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird. Es wird wieder sicherlich einiges an Artikeln geben und das eine oder andere Mal werde ich sicherlich hier in der Daily dazu berichten. Vorher hatten wir es schon mit Paladin. Ja, der Börsen, die Börse, die Netflix-Aktie stürzt ab. Sie geht runter. Genau, wie halt auch so viele. Man sagt Netflix nach, dass sie zu stark auf den Neukundenzuwachs gearbeitet haben und nicht in andere Richtungen, wo es man hätte tun können. Dazu kommt natürlich auch, dass neben Netflix und Prime Video und in letzter Zeit dazugekommen, zum Beispiel Disney Plus vor eineinhalb Jahren, jetzt ganz neue Player noch mitmischen. HBO Max, Paramount Plus etc., die zum einen eben auch an des Kundens Geld möchten, aber dann natürlich auch Inhalte von Netflix abgezogen haben. Siehe Disney Plus, die damals die ganzen Marvel-Geschichten und Disney-Geschichten, Pixar-Geschichten aus Netflix rausgenommen haben. Das sind natürlich alles Dinge, die eben nicht ganz so ideal sind für ein weiteres starkes Wachstum. Dazu kam, dass eben die Pandemie für die Streaming-Anbieter ein Glücksfall war. Das hat jetzt deutlich nachgelassen und somit dann eben auch das Verhalten der Menschen und das Gucken von eben solchen Dingen. Im letzten Herbst, aber auch schon dieses Jahr, habe ich berichtet von Instagram, die nicht mehr genau wissen, wo sie hin möchten. Vorne, hinten, auch die müssen stetig wachsen, haben aber ein Problem mit schädlichem Einfluss auf Teenager und dann eben mit der generellen Eigenausrichten. Wollen sie jetzt wieder mehr in Bilder machen? Wollen sie mehr in Video machen? Man hat jetzt bekannt gegeben, also Instagram, um genau zu sein, dass man etwas tun möchte und zwar verstörende Inhalte, jungen und generell Menschen nicht löschen, sondern einfach weniger anzeigen. Dann gibt es doch noch die Bubble. Also finde ich sehr, sehr verkehrt. Man sollte solche Geschichten komplett raushalten und man möchte auch ansonsten gegen falsche Informationen und solche Geschichten vorgehen, sexuellen Übergriffe und so weiter. Alles in allem sehr schwammig, sehr unschön, sehr, ja, man weiss halt nicht, wo man hin will. Hin möchte Google anscheinend zu einem neuen Chromecast. Das Gerücht gab es im letzten Jahr schon mal. Das ist jetzt ganz stark wieder da. Es soll ein neues Chromecast-Dongle geben. Warum? Ja, auch Google muss gegen Firesticks, Nvidia Shield und so weiter und natürlich auch gegen die Apple TV miterhalten können und dazu braucht es ein bisschen mehr Power in dem Gerät drin und deshalb wird man wahrscheinlich ein bisschen eine performantere Geschichte gesehen plus auch den AV1-Kodec, mit dem man die Wiedergabequalität deutlich steigen könnte. Mal schauen, was davon kommt. Es waren es mit den Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche und ach ja, wer Netflix-Aktien kaufen möchte und in der Schweiz lebt, kann das zum Beispiel über die You-App tun. Dazu meinen Erfahrungsbericht plus ein Code dazu, wie ihr das Ganze nutzen könnt, in den Shownotes mit drin verlinkt. Jetzt aber genügend der Werbung, euch einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.